Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze meine Reihe fort, interessante Menschen an interessanten Orten. Ich bin jetzt hier an einem sehr interessanten Ort, fast ein bisschen verwunschen, mitten im Wald, aber immer noch Rüsselsheim, auf Rüsselsheimer Gemarkung. Und es ist eine besondere Hütte und neben mir ist auch ein besonderer Mensch, ich darf das sagen, das ist nämlich die Heidi. Und die Heidi ist eine Institution in Rüsselsheim. Denn der geneigte Rüsselsheimer, wenn er in der Sommerzeit oder wenn die Sonne scheint, einen schönen Ausflug machen will, einen kleinen, dann fährt er an die Odenwaldhütte. Aber eigentlich fährt er nicht an die Odenwaldhütte, sondern er fährt zu der Heidi. Weil Heidi, du bist die Chefin hier. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz, wie lange du hier schon die Chefin bist und was genau passiert denn hier? Ich bin jetzt 24 Jahre da. Mir gebe ich halt so Kleinigkeiten zum Essen raus. Ja, zum Beispiel, sagen wir, Klassiker? Ja, Wurstsalat, Handkäs mit Musik, Wurstplatte, Schinkenplatte, so wie der Hammer will. Äpple natürlich gibt es hier, ja? Ah ja, natürlich, zum Schlucken immer. Und lecker Kuchen. Kuchen auch, natürlich, ist alles da. Und viele nette Leute, natürlich. Bei uns gibt es keinen Zirkus, bei uns ist alles in Ordnung. Ja, das ist so ein bisschen familiär bei euch, oder? Ja, richtig. Du bist so die Mutti, die Chefin. Jawohl, bis jetzt noch. Bis jetzt noch. Dürfen wir fragen, nochmal, darf man das nicht? Darf man sagen, wann du geboren bist? 7.40. Respekt, also rüstisch, ne? Und du hast hier wirklich das Kommando, das kann man hier sagen. Ja, kann man sagen, mit einem anderen Personal. Mit einem anderen Personal. Ja, ja. Wie viele Leute seid ihr da, so Pi mal Daumen? Wir sind im Schnitt immer so 5, 6 Leute da, die das dann machen. Und dann haben wir dann eben halt sonntags immer noch einen Haufen Helfer. Einen Haufen Helfer, ja. Wenn eben halt dann doch viel Betrieb ist. Und beim schönen Wetter hier ist hier auch rappelvoll. Richtig. Das muss man sagen. Heidi, das ist eine Hütte mitten im Wald. Der Betreiber, sag ich jetzt mal, ist der Odenwald-Club. Was ist der Odenwald-Club? Das ist ein Wanderverein. Ja. Und das ist dadurch bekommen, weil früher die Leute vom Odenwald kamen. Beim Obel geschafft. Ja, beim Obel geschafft haben. Die sind dann hin und haben dann die ganze Woche dann hier gewohnt, in den Obelwohnheimen. Ja. Und haben dann eben halt dort den Wanderverein nachher gegründet. Die haben den Wald vermisst, der Odenwald. Ja, klar. Die waren ja froh, wenn sie was hatten. Ja, ja. Und da ist eben halt eine Kegelbahn gemacht worden. Da haben sie ja doch gekegelt. Die Frauen haben Handarbeit gemacht. Also ein Freizeitort. Ja, richtig. Das war dann alles so früher gewesen. Aber jetzt, wie muss es in Rüsselsheim sein? Alles hat was mit einer Familie und einer Firma zu tun. Richtig. Und auch diese Hütte hier hat damit was zu tun. Die hat richtig Geschichte, diese Hütte. Und wie lautet die, Heidi? Das war die Yachthütte von dem Georg von Obel. Der hat also hier wild gejagt. Und der hat es dann später hin dem Odenwald-Club zur Verfügung gestellt. Geschenkt oder wollte er was sagen? Das hat er geschenkt, ja. Und dann hat der Verein das übernommen. Und seitdem, seit 1904 sind wir jetzt da. Seit 1904 seid ihr hier aktiv. Also auch ein historischer Ort hier. Richtig. Und ein Klassiker in Rüsselsheims hat was mit Obel zu tun. Aber es ist ein schöner Ort hier. Ja, ganz genau. Sehr gemütlich. Was würdest du schon so schätzen über das Jahr? Wie viele Leute so viel mal Daumen kommen hierher? Was sind da so täglich, wenn es gut läuft? Wir haben ja offiziell eigentlich nur mittwochs und sonntags auf. Ja. Und die Feiertage. Und da kannst du rechnen, dass doch an so sonntags zumindest 600, 700 Leute da sind. Und mittwochs haben wir immer so 300. Ja. Also das ist schon ziemlich gut. Und Heidi, du hast mir vorhin gesagt, eigentlich müssten wir das Video nicht machen, weil Werbung braucht ihr nicht. Nein. Bei euch ist immer gut was los. Natürlich. Aber es ist immer noch ein Geheimtipp und es gibt Rüsselsheimler, die kennen es nicht, was man nicht verstehen kann. Ein super Ausflugsziel. Halbe, dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad von der Innenstadt ist man da. Mitten im Wald. Es gibt leckere Speisen, typisch hessisch Handcase, leckere Kuchen, beide Heidi. Ja. Liebe Heidi, vielen Dank. Oder musst du was sagen? Hey, die können auch nur laufen und Fahrrad fahren. Musst du gleich mal sagen. Das müssen wir auch sagen. Mit dem Auto kommt man nicht hierher. Nur wenn man Behinderung hat. Ja. Da machen wir eine Ausnahme. Aber man kann nur mit dem Fahrrad hierher. Ja. Also auch sehr naturnah. Ja, natürlich. Das ist wichtig, ne? Gott sei Dank muss man sagen, dass da kein Auto herkommt. Weißt du, was da los wäre? Da wäre die Hölle los. Das kannst du nicht machen. Das wäre nicht gut, ja? So ist es schon richtig. So ist es okay. Ja. Bei der Heidi, die Odenwaldhütte, an einem schönen Wetter sonntags mal herkommen. Das macht Spaß. Okay. Vielen Dank, Heidi. Alles klar. Ich danke dir auch, mein Lieber. Mein bester Dickhock neben mir. Wenn du das schneidet, du es kriegst. Das sage ich dir. Überleg dir gut.